Das ist tatsächlich die größte Veranstaltung in Europa, die größte Veranstaltung in Georgien. Wir sind so glücklich, dass wir Gastgeber sind für SaatGuru und sein großartiges Projekt Rette den Boden. Ich weiß, dass viele Georgier, die zuschauen, SaatGuru lieben. Ihr könnt sogar sehen, wie die Bühne ist. Es gibt nichts wie den Mutterboden dieses Planeten. Er ist die Sahne dieser Erde. Sahne muss schonend behandelt werden. Die besten Bodenkundler der Welt geben zu, dass sie nicht einmal 1% der Spezies kennen, die im Mutterboden vorkommen. Wenn man 1% kennt, sollte man es nicht durcheinander bringen, nicht wahr? Es am Leben zu erhalten, ist das Wichtigste. Ich bin verliebt in alles, was er tut und all das. Als ich ihn sah, habe ich einfach, ich habe fast geweint, um ehrlich zu sein. Ich bin verliebt, um ehrlich zu sein.